Hallo, in diesem Video nur ganz kurz ein kleines Update zu unserem Video Prüfen Sie Ihr Internet, in dem wir vor ungefähr zwei Wochen gezeigt haben, wie man die eigene Bandbreite, die Internetbandbreite zu Hause vom Provider messen kann. Ganz einfach über Docker. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Das Video ist jetzt zwei Wochen alt und schon gibt es ein Update der App von der Bundesnetzbehörde. Insoweit, der Container, so wie gezeigt, funktioniert bei Ihnen jetzt eventuell nicht mehr. Wenn Sie das Video erst jetzt gesehen hätten und den Container neu aufbauen, dann haben die das Problem natürlich nicht. Bis zum nächsten Update. Wenn Sie allerdings den Container schon in Betrieb haben, ja, dann da einfach mal vorbeischauen. Der dürfte jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und zwar wegen dem entsprechenden Update sieht das jetzt so aus und das Skript, das im Hintergrund vom Container läuft und dafür sorgt, dass eben die Testung hier automatisch durchläuft. Das Skript funktioniert jetzt nicht mehr, weil da eben dieser Pop-Up-Dialog erscheint. Das heißt, die Breitband-App, die prüft vor jedem Test einfach, gibt es ein Update oder nicht. Nun, streng genommen habe ich die Lösung gerade schon gesagt, denn Nutzer, die damit jetzt gerade erst anfangen würden, vielleicht weil sie jetzt erst überhaupt auf das erste Video aufmerksam gemacht wurden, die haben das Problem nämlich nicht, weil die dann einfach wieder von vorne anfangen. Wenn wir jetzt auf die Idee kommen würden, einfach zu sagen, gut, dann lösche ich einfach meinen Container. Nehmen wir den hier mal raus. Ist gelöscht worden und jetzt gehe ich hier auf meine Stacks. Da haben wir nämlich hier die Breitband-Messung. Hier sind die entsprechenden Daten drin noch. Dann kann ich ja einfach von hier wieder einen neuen Container erstellen. Und nein, das würde nämlich nicht reichen. Das ist das Problem und das ist damit auch der Grund für das Video hier. Denn unser Container hier, der würde aus den Images erstellt werden und die haben wir beim ersten Mal runtergeladen. Wenn wir das jetzt allerdings nochmal machen würden, dann würden wir das Image nicht nochmal runterladen, denn das Image ist ja schon da. Wir haben das hier jetzt ungefähr. Breitband-Latest. Das Ding ist auch ziemlich groß, wenn man das jetzt einfach mal vergleicht mit anderen Containern, die wir so auf der Platte haben. Also das Image muss auch gelöscht werden. Das muss komplett neu gemacht werden. Also anwählen, remove wählen, dann ist das hier auch weg. Alles andere dürfte drin bleiben. Das hat nämlich damit sonst nichts zu tun. So, und jetzt können wir das Ganze neu aufbauen. Ich gehe nochmal zu meinen Stacks. Gehe wieder hier rein, habe hier die entsprechende Information drin. Die Informationen hier aus unserem Stack, die werden wir vollständig markieren und dann kopieren. Denn es reicht scheinbar nicht, jetzt einfach hier nur auf Update a Stack zu klicken. Auch wenn ich angebe, von wegen zieh das Image nochmal und redeploy, dann kriegen wir nämlich hier relativ schnell eine Fehlermeldung. Insoweit, der Teil klappt nicht. Was wir machen müssen ist, wir klicken hier oben auf Stack, wählen unseren Stack an, die Breitbandmessung und entfernen den ebenfalls. So, jetzt können wir wieder hingehen mit einem neuen Stack, den Inhalt wieder einfügen, oben wieder den Namen vergeben, Breitbandmessung. Und jetzt haben wir Deploy Stack. Jetzt klicken wir drauf und jetzt wird das Ganze auch funktionieren. So, am Ende lande ich wieder hier auf meiner Stackliste. Und wenn ich jetzt hier auf meine Images mal klicke, dann müssten wir nämlich hier wieder die Breitband drin haben. Breitband Latest, 1,2 Gigabyte ist also noch größer geworden. Je nach Rechner und je nach Internetanbindung kann das durchaus eine Zeit dauern. Auf einem Testrechner hat das hier gut 15, 16 Minuten gedauert, bis das Image runtergeladen war, entsprechend vorbereitet war. Das zugrunde liegende Ubuntu-Image muss erst noch geupdatet werden und, 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 und. Da passiert einiges im Hintergrund. Während der ganzen Zeit rotiert da eben hier, ich sag mal, das Busy-Icon auf meinem Stack. Also das rotiert hier die ganze Zeit. Lassen Sie den Jungen arbeiten. Der wird es am Ende schon schaffen und dann funktioniert auch wieder alles. Am Ende habe ich hier meinen Container bekommen. Hier ist mein Breitband-Container und ich kann wieder drauf zugreifen und den Rest dann eben genauso starten, wie in dem anderen Video gezeigt. Ist also ganz einfach. Okay.